äh, Laser-Luca? äh, ja, wegen seiner Freundin hä, wegen seiner Freundin? wegen Sandra, oder wer? nee, wegen meiner Ex dann Peyton und wie ist das passiert? willst du das kurz erklären, Willi? also, das kann man jetzt aus dem Kontext irgendwie falsch verstehen? ja, ich war auf Instagram und hab dann gesehen, dass die zusammen sind aber du warst auf ihrem Profil dann wahrscheinlich ja, und hab ihn gesehen und dann hast du gesagt, ah, okay raus, Rückwärtsgang ja, hä, was hab ich denn was hab ich falsch gesagt gerade gesagt? nein, nein da erkenne ich das halt kennst du Al Blali? ja ja, hä, hä! komm Chief leich